hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge season 1 minecraft let's play zusammen mit dem flyern und dem julian hallo das bin ich ja und ich nicht so wo kommt jetzt das netterportal macht eine ansage hallo und dein anus ja wenn du nicht gleich eine ansage machst dann stehst du in dein haus ja ist so ok komm mal mit folgt mir mal folgt mir mal wer hat hier wieso hast hier drei türen die elf von dir hast mir geklaut in zwei türen davon habe ich den klaut aber wegegangen ja ich weiß ich doch folgt mir mal ich zeige euch wo wir das einbauen der dritte hinter mir das ist meine tage Martin komm mal her sofort warum sollte ich zu dir kommt freuern wenn du kannst du eigentlich hätte es gern wir zeigen so wie das portalen bauen ich hätte es gern hier hingesetzt aber sei ja oben bei julian oben bei juli zeig's euch pass auf da fehlt noch ein glasblock alter so kommt mit warte alter wo bist du nicht da rein das sag ich dir wie wärst du mir das hier reinbauen nein hast du mir grad nein 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 habt ihr hier gerade glas kaputt gemacht ja das hat du äh das war schon so das hat Flo grad gemacht fick dich Flo also äh ich wollte es auch bei mir unten hinstellen wenn ihr mir das erlauben würde ja ich hier ich hätte gesagt hier rein Martin aber da ist ja unser Herr Trouble nö nö ich hab nichts dagegen na ok dann stellen wir es hier hier ne 1 dahinter hier so also dann auch dass es drei blöcke ist ne sonst passt das ja nicht in den eingang rein flyern verpiss dich ja die idee ist nicht schlecht sehr gut man geht es euch nicht so mega auf wenn jemand ein eiser hat habe ich kann was anzünden ich habe eisen aber ich werde es nicht öpfen weil ich noch nicht meine rüstung habe momentan da werde ich holen ja julian na Martin komm wir machen was für dich ich werde mich dann auch nehmen das ist meine wohnung äh julian ich werde auch mich in den Bergbauern da mache ich einen Bergpfad außenlang kannst du dich vielleicht mit verbinden ja da wollte ich dir doch helfen wenn du Bock hast wir ja könnten auch ein Treppenhaus stein habe ich genug martin dafür ich habe noch ein bisschen was können wir auch mitmachen naja in den Berg im Treppenhaus rein weil das machte alter macht den scheiß an ich will nicht rein der erste soll es war schilder aller beste allererster sein ja ich bin der erste bis ein paar ich komme nicht durch warum habe ich den Erfolg nicht bekommen warum habe ich den Erfolg nicht bekommen du musst ja doch ein bisschen tiefer als wir so ich würde sagen das Gloucester nach vorne ist meins ich würde sagen ich würde sagen scheiß ich habe keine Spitzhacke dabei also ich würde sagen ist mir scheißegal ich habe mir das Gloucester ja ich habe ein crafting table ja brauche ich nicht aus dem meter erst mal erst mal naja ich gehe ich suche jetzt eine festung neu an welches welche Gloucester oder will zu haben nimm die dann ist diese fette da ja was machst du du Arschloch bist du ein Arschloch ey naja ich hab dich immer an den einen wir snacken uns nicht los dann weg was auf dem Boden rumliegt ok alles ist ok mal gucken ist echt assi naja es ist immer ich komme ich gerade never quarts abbaue ich brauchst du eh nicht das gibt übel level ja das ist ja das stimmt aber wenn man hier einmal von irgendwelchen Leuten die Klippe runtergeschubst wird dann bringt das ja eh nicht ja immer kann ich mal die Klippe runtergeschubst wenn du möchtest Pilze kann ich mal die Klippe knutschen ja dann kannst du mal die Probeer zu schmerzen lecker schmecker oh geil hätte ich voll viel Gloucester und den gehört nicht nein Julian Julian tötete dich ja ist ok ich ich werfe es wieder hin das war nur ich wollte nur die Pilze haben sonst hätte ich keine 66 Gloucester aufgenommen ja nur ja unbedingt Pilze haben Leute hat den ganzes Kloster weg ist nicht Martin erzählt doch nicht du könntest ich gerne klären ich hab kein einzigen Kloser mit dem Wendor als ob ich dann sehe ja Martin nicht wenn ich so ein Stück scheiße was in den Kloser und wechseln dann würde ich wenigstens mich drüber freuen so ja ich will doch nur die Pilze haben wir per I'm watching you Julian will nur Pilze haben ja so ein wundern was noch ein Pilz alles machen können Tränke kannst du mit dir in den Arm schieben ich weiß nicht mal wie du Tränke brauchst ich kenne mich mit Tränken besser aus als du mein Freund haha ich hatte auf dem Surman Tranklager ruhig von jedem Trank es gibt eine doppeltruhe ja aber bestimmt hast du keine automatische Brauform kann ich auch nicht ich baue alte allgemein gar keine ich baue allgemein keine automatische Brauform wenn ihr wollt kann es auch sein lassen und ihr ist halt echt cool ja schön das wäre auch nötig nein das wäre geil mit automatischer Form allgemein unnötig überhaupt nicht nur weil du keine Ahnung hast von Redstone ja das gebe ich ehrlich zu wenig an von Redstone aber trotzdem es gibt einen Unterschied zwischen wenig und gar keine wo bis zum Martin bin noch tief an den Nähter weil ich will das erschienen Apropos ich werde jetzt erst zum Portal zurückgehen ich habe eine Festung ah, bis zum Spaten ich habe auch eine ich habe auch eine aber ich glaube ich habe eine andere Scheiße das lohnt ich habe fast weil es in der Tat aber fuck ich auch lass zurückgehen und lass zusammen da reingehen am besten oder sag mal Koordinaten an gleich neben dem Portal bei uns ok ich speichere mir meine Koordinaten von meiner Martin äh das erschiebt mir noch tiefer bekommst du nur wenn du in den Nähter reingehst ich weiß ich bin ja nicht doof irgendwie schon ich muss noch vorher dieses Achievement Diamanten gehabt haben das hatte ich noch nicht das hatte ich noch nicht du wolltest naja ich habe ich dir nicht welche zuge ich habe doch die welche gegeben du hast ihn auf den Boden getragen ja dann müsste ich in den äh auf den Boden schmeißen und dann willst du wo ist das Portal und ich darf mich doch durch die Runde ich weiß noch wo es ist boah wenn ich durch das Portal gehe es leckt so krass wir können euch echt nicht so lange aufnehmen wirklich wegen meinem Baba Internet Smash kann man zocken das geht so zur Reise das ist ja schon seitdem ich habe ein paar was bei der Hauptrolle verbindung und wer hat die Störse von uns du hast du nicht schlechtes das ist ja gut auf jeden Fall kein Problem lockerer ich sehe nämlich jetzt nicht hier den Töter schwer hat das sage ich dir hey oder sage ich dir Ja, ja, ich geh zum Schwert. Und da ist mein Crafting-Table. Meiner, mein Schwarzpulver, ey. Ja, schön. Und Tränen hast du nicht bekommen. So. Wo ich nämlich als erstes mir mal was zu essen und snacken. Ich hab nämlich gerade nichts zu mir. Ach ja, da hinten ist die Festung, das ist ja so. Ja, die ist ganz nah, ne? Kann man dann gleich hingehen, wenn ich mein Inventar ausgeht. Ja, ich hab mein Inventar ausgelegt. Ich warte auf euch dann im Nähter, weil ich brauch eh eine Weile, bis es sich wieder normalisiert. Ja, ich komm dann auch gleich. Ich mach mir vor. Oh, ich mach mir noch schnell einen Helm. Scheiß drauf, ich brauch keinen. Leul, ich kann keine Kisten öffnen. Es leckt grad bei mir auch übel, also nicht wundern. Jetzt kann ich. Aller, jetzt spackt meine Mord. Ich hab' bei mir schon was geerntet. Ne, leul. Ich hab' echt besitzt immer nur bei Martin. So. Wir haben übel das Glück mit den Potsalern, mit den Potsalern, mit der Festung. Nicht. Oh ja. Ich komm' nicht mehr auf den Server drauf. Loll, was soll'n das? Ach komm. Ähm, wenn jemand von euch in den Nähter geht, davor dürfte ein Eisenschwert liegen. Könnt ihr mir das mitbringen? Ich hab' das außerdem wieder zurückgeworfen. Noch da? Ach, jetzt sind die Leute weg, oder was? Ja. Oh. Oh, hallo. Welcome back. Ja, toll. Ich hab' das jetzt grad sehen müssen. Ich hab' das richtig schlechtes Internet. Ja, ich auch, Martin. Joho. Joho. Ach komm. Ich kann nicht mal mehr diese Scheiß-Melone fressen. Ja, dann sieht es aus jetzt ewig. Boah, alter ey. Zweck sich noch mal so nicht. Jetzt bin ich schon wieder rausgeflogen. Ach komm. Hm. Das sind drei Witter-Skeletten. Skelettens. 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 Was ihr seid schon in der Festung? Nein, ich nicht. Wollte ich auf euch überhaupt. Ja, Gelf-Leuern. Warten, wie wär's mal damit? Ja, ja, ich will erst nur schauen. Und diese Witter-Skelette töten. Ich tu die Scheiße jetzt einfach hier rein. Ich hab' das jetzt so wirklich gut zu sortieren, man. Oh. Boah, ich nehm' mir doch mal ein paar Sex-Koppel mit. Scheiß-Koppel. Oh, ich bin auf hart. Ach du Scheiße. Flo macht jetzt... Flo stirbt, jetzt hab' ich gehört. Nee, der hat mich zwar nicht getroffen, aber mir ist grad eingefallen, dass wir auf hart spielen. Äh, wenn wir... Wenn wir an... Wenn wir Magma-Slimes sind auch normales Slimes. Ich würd sagen, wir benutzen die Slimes erstmal nicht für Pistons, sondern nur für... Äh... Fire-Resistance-Tränke, wenn wir in der Woche gehen. Wenn du dann auch für Pistons benutzen kannst, so kleiner Spack. Slimes. Aber nicht Magma-Slimes. Ja, das weiß ich ja, aber wenn wir... Der normalen Wild Slimes finden, mein... In der normalen Welt kann... Normale Slimes gehen nicht für diese Tränke. Doch, du kannst aus Slimes Magma-Slimes machen. Ach stimmt, mit Lohnstoff. Ja, richtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach so... Ja, das geht ja, ja klar. Lol, das wusste ich überhaupt noch nicht. Ganz weiss das. Ja, Mann! In-Mever. Ja, ja, ich teile es dann auf. Wir teilen das dann auf, würde ich sagen. Ja, aber ohne Scheiß, ich sehe echt... Ja, ich war jetzt in der Truhe. Aber ich sehe gerade echt noch nicht die Festung. Geh, äh... Ich bin total und lauf in Richtung, ähm... Norden, Richtung Norden. Okay. Vier Steine brauche ich noch. Sehr gerne noch. Wir haben netter Watson. Sehr gut. Watson. Ich sehe so. Die ist voll klein, sieht so aus, aber die geht übelst in den Boden rein. Oh ja, das gehen die meistens. Äh, wie viel... Äh, war das nicht so, dass es auch nur eine Begrenzung von Neverfestung gab? Nee. Nein, der Netter ist unendlich groß. Nicht, und das ist aber... Ja, äh, äh, bis diese Begrenzung kommt. Ja, Martin, siehste, falsche Aussage. Das ist gerade unendlich. Schade, ich wäre es jetzt strafbar gewesen. Das ist siebenmal so groß wie die scheiß Erdoberfläche. Das ist für mich unendlich. Ja, Martin, der Penis ist für mich ja... Mein Penis ist für mich auch unendlich, aber... Ach komm, Julian, der Witz war so scheiße. Ja, richtig, sorry, ich hab grad keinen Instant-Buttons an. Hätte ich bitte... Soll ich jetzt auch mal ne Truhen für die? Äh... Tsss... Oh... Meine Truhen! Nein, nein, nein... Oh, war ich schon. Scheiße. Oh, ein Zombie-Figmen, der ist wütend, greif ihn schnell an, Julian! Schnell! Ich bin grad in die andere Richtung schon gelaufen. Oh, komm, jetzt ist hier ein scheiß Geist, oder was? Oh, ich hätte mich vielleicht schon groß machen sollen. Oh, ich hätte ja nicht mehr die Materialien schon... Ja, das ist doch eine Zwei davon. Irgendwie finde ich keine, ähm, weiteren Tone. Ja... Ja... Feste... Scheiß nicht, dass es nicht endet. Ja, die Zwei davon habe ich ja schon gefunden. Da ist zwar drin. Ja, das Wichtigste waren Diamanten. Und ich habe jetzt noch einen, äh... Mit ein bisschen Gold, aber nichts wirklich Gutes drin. Netherwardson haben wir schon. Hast du ne Verte? Da brauchen wir eigentlich nur noch, ähm... Also, ich habe schon zwei Spawner gesehen, aber... Lass uns am besten zusammen zu den Spawnern gehen, weil das ist echt gefährlich. Lass uns die gleich ausbauen, weil... Da können wir später... Das ist ne richtig krasse Farm draus machen. Okay? Ja... Ja... Ja, das ist doch... Ja, das ist doch...